Problem ist, jetzt habe ich keine Wischen mehr. Ich drücke mal da drauf. Oh Gott. Ende. Nein! Hm, naja. Alles gut. Spiel mir eine Runde. Lass uns spielen, Kleiner. Ich bräuchte ein paar Herzen. Und noch ein paar kleine... Nee, warte mal, hier gab es keine Fliegen, oder? Gab es bei dir Fliegen? Nein, das gab es bei dir. Was hat das wieder gemacht? Freilauf, ich bin mir nicht mehr sicher. Egal, wir sind doch ganz gut ausgestattet. Richtig, ich kann nicht schießen und du dann entsprechend auch nicht. Jetzt mal sieht es fast schon so aus, als könnte ich denn dran schaffen. Kein Geheimraum. Kein geheimer Geheimraum. Ich suche einen geheimen Geheimraum, der geheim ist. Und voller Geheimnisse steckt. Ich suche das Bernsteinzimmer. Scheiße. Ich... Brauche mal irgendwas. Schadendroduktion wäre jetzt geil oder sowas. Ey, Wafer. Oder... Herzen, die spawnen, wären auch ganz geil, muss ich sagen. Ah, ich habe ja eine Regeneration an. Ah, Regeneration. Ja, ich habe Regeneration kleiner. Hast du nicht. Deswegen stirbst du jetzt auch. So. Ich möchte mal hier den Schlüssel benutzen. Und dann haben wir da unten ein Geheimraum. Der jetzt nicht so beeindrucken ist. Aber schön, dass wir darüber geredet haben. Oh Gott. Au. Gleich mal reinrennen in die Stacheln. Hui. Kann ich so sch... Wieder nur Bomben. Leckt mich. Ein paar Herzen wären geil, muss ich sagen. Bin ich ein Fan von, von Herzen? Einfach mal ein Pferdeherz schenken. Kann man auch zu Weihnachten mal machen. Ich fliege so ein bisschen überfordert mit der Tatsache, dass die sich jedes Mal abducken. Ich möchte euch jetzt nicht zu nahe kommen. Hier mir offensichtlich aber auch nicht. Durch den Felsen kann ich mich durchschießen. Aber die Fliege kommt darüber und... Hallo, was ist denn in dir drin? Ach komm, wir fangen ein bisschen Geld ran. Wir haben es ja. Ich glaube lieber nicht an mir selbst. Failed? Ne. Weg ab. Das ist das. Was hat das das gemacht? Hat mir das nicht. Das Sun hat mir die Karte gezeigt. Das hat mir zum... Itemraum gebracht. Aber es gibt kein Itemraum. Also bringt mich das hier Beweis wohin. Blaues Herz. Sehr gut. Etwas Vernünftiges. Challenge me. Was ist das andere? Ich fühle mich ein bisschen zu spät, Kleiner. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Sorry. Kommst zu spät. Aber ich hätte mir die Augenphase schon abgeschlossen. Kommt doch mal wieder runter, Mama. Und dann... Muss ich noch weiter. Nein, ich möchte nicht zu hasch. Ich muss noch weiter. Aber nicht bis in die Kiste. Oh Gott. Ich muss das alleine schon mal zu schaffen. Das wird jetzt eine andere... Oh Gott. Ich dachte, das wäre es dann... ...gewesen. Aber das Spiel fickt mich schon wieder. Weil der Schadens-Output von meinen Viechern so enorm gigantisch ist, dass ich... Geheimraum. Toll. Geld. Ich kann es nicht mit dem Messer aufschneiden, die Scheiße. Nicht mal Geld. Kannst du dich mal selbst töten damit, bitte? Das wäre toll. Kannst du damit mal ein bisschen aufhören. Das nervt. Ich komme nämlich so nicht nah genug an dich ran. Links, rechts, hoch. Gehen wir weiter nach oben. Oh Gott. Die explodierenden Dinger. Nein. Ah, fuck. Okay. Hier kann gar keiner sein. Ich soll jetzt vielleicht mal auf die K... Ja, natürlich falsch. Links, rechts, links. Sieht verdächtig aus. Sprich mal in die Luft. Okay. Ist unverdächtig. Oh, geil. Kann ich den durch den Stein messen? Nee. Doch, kann ich. Geil. Uh, was ist denn da drin? Oh, sehr gut. Hier bin ich mir noch ein bisschen auf das Herz. Und da haben wir noch ein bisschen anderes Zeug. Aber hier könnte ein Dingsbum sein. Oder hier. Oder hier. Ist natürlich nirgendwo. War ja klar. Warum auch. Geht's mal sterben und so. Ich mach mir das Herz jetzt noch schnell. Sonst vergesse ich das. Ich bin nur nicht so ganz sicher, wie ich Isaac Klein bekomme. Vor allem, weil ich Isaac bin. Wieso töte ich mich überhaupt selbst? Ist das Selbstmord, wenn man sich selbst tötet, obwohl man sich nicht selbst ist? Gibt es Ersatz Sinn? Äh, nein. Sorry, aber ich komm da nicht rein. Und jetzt hab ich mal wieder Regeneration bekommen. Gut. Ich vergesse denn nicht, dass ich Regeneration überhaupt dabei habe. Wirkt auch nicht so oft, muss ich sagen. Ja, komm, ich hab Schlüssel dabei. Klar, nimm noch mehr Damage ab. Ich weiß halt nicht, ob das bei denen mit skaliert, ob das halt nur für mich gilt. Boah, ich mach bei Isaac definitiv hier. Hier Dings, ne? Ding ins Kirchen. Slow Motion. Nein, hier kann ja nicht sein. Oh, das ist jetzt ein einfacher Raum. Oh, mit Doppelherz sogar. Hier vielleicht einer. Nein. Aber hier, einer. Au. Das war jetzt nicht nett. So, ich hoffe, da drunter ist noch was Gutes drin. Vielleicht ein halbes Herz. Wäre ich ja schon irgendwie, finde ich ja schon irgendwie geil. Scheiße. Vielleicht auch anderhalb Herzen. Das fände ich ja irgendwie noch geiler. Ja, das finde ich jetzt nicht so geil. Komm, mir ein Chip. Was hat das gemacht? Wir können es testen. Ach, richtig. Das war der Dreck. Dreck? Ich meine natürlich dieses geile Item. Habe ich hier... Ah, das funktioniert jetzt nicht mehr, weil... ...ich schon ganz unten bin. Daher in die Loverskarte hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Gib mir nochmal Kombinionschip. Und nochmal. Und nochmal. Yes. Nein, warte mal kurz. Das war... War das jetzt klug? Ja. Gut, nehmen wir noch ein Herz mit und dann geht's auf zu Isaac. Ja, lass dich mal hier messern. Stell dir mal vor, dass wir Counter-Strike und ich messer dich jetzt dann hinten. Sind ja mal ganz einfach. Kinderspiel. Epic Feet. Den hatte ich noch nicht freigespielt. Hm. Challenge 11. Glass Cannon. Lief doch ganz gut. Was ist das denn für eine Challenge? Ich hatte das noch nicht freigespielt. Kein Wunder, dass ich immer diese Bombe bekomme. Oh. Ein Herz, ja? Hm. Ich glaube, aber das wird eine lustige Challenge. Ich kann jetzt Raketen von oben kommen lassen. Was war das? Das war... Keine Ahnung, was war das? Oh. Das war auf jeden Fall irgendwas mit ab, glaube ich. Was ich zur nächsten Frage bringen. Gibt es hier vielleicht Item-Raume? Vermutlich nicht. Aber geil. Ähm, da. Ich liebe diese Waffe. Wie kann man sie nicht lieben? Man muss sie lieben. Zum Befehl. Lebt die Waffe. Lebt sie schon. Ja, eure eigene Frau muss sie lieben. Super Price, ey. Oh, Katzenburg, gell? Perfekt. Ich habe eh nur ein Leben. Läuft. Für Dominic habe ich nicht, ne? Ne, schade. Leider nein. Bomben brauche ich keine. Und wohl lieber sagen, wir haben den Boss platt. Wie weit muss ich hier gehen? Ich habe keine Ahnung. Was bist du denn? Was du bist? Du bist weise, aber du bist zu lang. Warum? Ich habe diese Leute angegeben. Oh, guck mal, wie lang ich bin. Oh, Damage ab. Jawohl. Nicht, dass ich das jetzt groß bräuchte, aber hey. Ich meine, ich mache schon. Ähm. Ach so, ich habe hier noch dieses andere Item. Und ich habe noch ein Leben. Das ist doch schon mal gut. Ja, Bomben, okay. Oh, blaues Herz. Geil. Ich dachte, ich hätte das schon freigespielt. Ach ne, ich hatte die Bomben. Deswegen habe ich immer nur diese Bomben hier gefunden. Was ich nicht so geil finde, ehrlich gesagt. Also, was heißt nicht so geil? Das ist mein... Das hier ist einfach besser, weil das sind halt zielgelenkte Raketen. Und die sind halt zielgelenkt. Und das ist schon ziemlich geil. Hm. Was ist denn da drin? Komm ich mir leider nicht ran, ne? Was ist denn im Shop drin? Schlott. Ich brauche Kohlen. Kohlen brauche ich. Hallo. Tschüss. Nö, das ist nicht überbaut, das Item. Das ist genau richtig. Ich mag das Monokel, das ich trage. Das ist ein Monokel, oder? Ich bin mir nicht sicher. Das ist ein bisschen... Ich habe da noch so viele andere Items drin. So viele vor allem. Erst wenn wir das Feuer mal ausmachen. Sehr schön. Dann geht das Feuer auch aus. Okay. Ich habe es lieber auf die sichere Art und Weise gemacht. Ist da und drunter noch irgendwas? Leider nein. Kann ich mir jetzt auch leisten, das alles wegzusprengen. Ich habe ja unendlich Bomben. Ich habe unendlich Raketen mitgebracht. Und fickt euch alle. Fickt euch einfach alle. Ihr habt zielst du unter Laserraketen? Laserraketen? Ja, ne. Ich sammle Brimstone ein. Dann habe ich zielgesucht. Laserraketen. Was ist das? Sehr gut. Läuft. Easy Schalenke. Hier. Trinke ich dir. So viele wollte ich jetzt nicht. Ich soll jetzt nur aus dem Weg gehen. Nicht, dass ich meine eigene Bombe schlucke. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, der Gegner. Aber ich habe ganz viele Leben. Und ich habe Leben. Sie leben. Ich laufe schon wieder rein. Vielleicht will ich mein weißes Herz. Das ist nicht. Gut. Danke. Das war schon so ein bisschen knapp jetzt. Nein. Und da ist es weg. Fick dich. Ich habe gedacht, da kommt jetzt ein einfacher, schöner Boss und nicht sowas. Fuck. Ist mein HP abweg. Scheiße. Und schon eine ranversau. Ja, kein kleiner Neuanfang. Aber ich muss glaube ich nur bis zum Herz, wenn ich das richtig sehe. Ach, naja. Schnauze. So was ist denn da drin? Schrott. Für den Sack und eine graue Kiste nehme ich doch keinen. Kein Bosskampf in Kauf. Was ist denn da? Ist da vielleicht irgendwo ein Pilz drunter? Eine Pille. Eine Pille möchte ich nicht. Wobei, ich habe ein Safety Cap. Ich muss weg. Sorry, Leute. Sorry, Jungs. Geht's auch mal sterben. Sehr toll. Sie sterben. Ah, sie. Schalüssel. Eine Schüssel. Eine Schüssel. Und dann. Ich habe die Sensen freigespielt. Ich habe Zielsuchende Raketen freigespielt. Und der heranläuft auch halbwegs gut. Gut. Das mit dem weißen Herz ist jetzt natürlich ärgerlich. Aber hey, man kann nicht alles haben. So, was haben wir denn da? Das Kraftanband wäre schon irgendwie geil. Dann mache ich nämlich noch mehr Damage. Wollte ich den Damage erhöhen. Oh, 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 oh. Ja, da war noch Platz. Hallo. Hätten wir ja noch einen Gegner reinstellen können. Moment, da kann ich noch Bomben, oder? Waren da Felsen? Selbst wenn nicht, da ist kein Geheimgang. Gott. Ja, wir können euch pennen. Ich bin ausgestattet wie... ...jemand, der Ziesnuss Raketen hat. Sehr schön. Machen wir da unten noch aus. Ich sehe so schnell, dass ich hier nirgendwo reinlaufe. Machen wir alles aus. Die Kohlen reicht leider nicht für ein Ding. Ist schade. Der war gefickt eingeschädelt. Schlauze. Nein, okay, das wird nicht überschrieben. Was? Moment, was? Dinge eskalieren gerade vielleicht. Hoffe ich gleich ein wenig. Da oben ist noch Geld. Leck mich am Arsch. So, komm ich nicht ran. Sieht auch so aus, als würden Dinge jetzt irgendwie langsam gleich eskalieren. Ich kann mir leider nicht das Armband leisten. Ich könnte auch in den anderen Räumen krümmeln. Ich könnte auch unten reingucken, weil es da noch Geld drin ist. Ich nehme die Abkürzung hier. Ich weiß nicht, sind die Pils noch was? Nein. Pillen nehme ich nicht. Was sagen wir damit auch nur denn dran? Das kenne ich schon. So, Bob's Brain. Ja gut, warum nicht? Explodiert doch schon genug auf der Karte. Aber das mit dem Messer, das zieht raus, das wird gleich eskalieren alles. Warum ich jetzt die Herzen mitnehme und nicht die da oben im Bossraum, weiß ich auch nicht. Aber das hat einen tiefgreifenden Grund, den ihr nicht versteht. Deswegen brauche ich ihnen euch auch gar nichts zu erklären. So. Welche Eskalationsstufe haben wir denn inzwischen erreicht? Testen wir das mal. Schwer sich zu testen, die überleben das ja alles nicht. Da brauche ich gar kein Messer mehr. Aber es sieht schon mal sehr eskalationsmäßig aus mit den Messern, die da noch rauskommen. Also so, wie sie das gehört. Okay, ja, 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 ja. Definitiv Eskalation so langsam. Aber bin ich noch gar nicht so weit unten. Finde ich gut. Vor allem in Kondition mit, wir schießen jetzt mal vier da raus und nicht nur eine. Ist das schon so eine Eskalationssache. Echt gesagt, brauche ich keine der beiden Karten. Ist da vielleicht noch ein Geheimnis? Nein. Mal gucken, dass noch heilig ist, die noch da rauskommt. Okay. Hat funktioniert. Jupp. Die machen auch noch so Schaden. Der völlig überzogene Damage ist real. Ach komm, da muss aber irgendwo ein Geheimraum sein. Geheimraum. Hier ist ja jetzt mal eine Sackgasse. Okay. Und da ist mein Geheimraum. Ist aber noch ein Pilz für mich. Hat das irgendeine Auswirkung? Nö. Gut. Brauchen wir es doch nicht mitnehmen. Irgendwobei die Messer hätten eine komische Bewegung machen können. Da gehen uns auch schon wieder die Räume aus. Hallo Leute. Sir Malmström ist nicht hier. Ja genau, ich bin in die Luft. Ich habe Raketen. Ganz viele. Ich mag den Duft von Raketen am Morgen. Ich habe auch noch ganz viel Leben. Hallo Geheimraum. Was ist denn da? Ein Shisha. Neck mich doch. Jetzt wird sich schon wieder ein Shop lohnen. Gibt es hier noch einen Shisha Shop? Schnell. Oh, was ist denn da drin? Das ist Tens. Nehme ich das lieber.